Was sind also quadratische Gleichungen? Und diese Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Das sind Gleichungen, in denen eine Unbekannte im Quadrat vorkommt. Also zum Beispiel x² gleich 9 ist eine quadratische Gleichung, weil die unbekannte x hoch 2, also im Quadrat da steht. Oder x² plus x gleich 9 ist immer noch eine quadratische Gleichung, weil hier ebenfalls die höchste Potenz 2 ist. Hier ist die x hoch 1, die 1 schreibt man nicht mit, und hier ist die x hoch 2, also 2 ist die höchste Potenz, ein Quadrat. Wir haben eine quadratische Gleichung. Und häufig haben wir dann auch hier einen Wert, und das ist immer noch eine quadratische Gleichung. Also auf diese Form der quadratischen Gleichung werdet ihr häufig treffen. Wie schon im letzten Teil gesagt, haben Gleichungen sehr viel mit Funktionen zu tun. Wenn wir uns an die quadratischen Funktionen erinnern, da hatten wir folgendes kennengelernt, und zwar eine Gleichung der Form a mal x² plus b mal x plus c. Diese Funktionsgleichung hatten wir Allgemeinform genannt. Und genauso auch bei den quadratischen Gleichungen haben wir so eine Form und dann noch ein ist gleich 0 dahinter, so sprechen wir auch hier von der Allgemeinform. Oder man sagt auch Allgemeine Form. Und wenn unser a hier 1 ist, also dass wir dann nur noch x² schreiben, so sprechen wir von der Normalform. Und dann nennen wir das hier nicht b und c, sondern p und q. Was es also mit Allgemeinform und Normalform auf sich hat, das werden wir gleich bei der Anwendung der pq-Formel sehen. An dieser Stelle noch ein paar allgemeine Hinweise, und zwar zur Benennung. Wir nennen den Teil beim x² quadratisches Glied, den Teil b mal x nennen wir lineares Glied, und der konstante Wert hier finden, den nennen wir absolutes Glied. Wichtig bei den quadratischen Gleichungen ist, dass das a hier vorne keine 0 ist. Denn wenn wir hier für a eine 0 einsetzen würden, richtig, dann würde das x² wegfallen, denn 0 mal eine Zahl ist 0. Und dann würde nur noch b mal x plus c gleich 0 dastehen, das wäre eine lineare Gleichung. Und noch ein Hinweis, die Zahlen vor dem x, also a und b, aber auch das c nennen wir allgemein Koeffizienten. Das kommt aus dem lateinischen koeffiziere und heißt so viel wie mitwirken, denn sie verändern ja unsere Gleichung. Beziehungsweise wenn wir uns das als Funktion vorstellen, verändern die Koeffizienten den Verlauf unseres Funktionsgraphen. Gut, nehmen wir als nächstes eine Beispielgleichung dieser Form und lösen diese mit Hilfe der pq-Formel. Nehmen wir uns also eine beliebige Gleichung, und um jetzt diese Gleichung lösen zu können, benötigen wir ein Lösungsverfahren, sodass dann nachher wieder da steht x gleich und dann unsere Lösung. Denn diese Gleichung lässt sich jetzt nicht sofort durch Äquivalenzumformung lösen. Also wir können jetzt hier nicht –8x rechnen oder –x oder ähnliches, so könnten wir x nicht isolieren. Das heißt, so können wir x nicht allein auf eine Seite bringen. Stattdessen benutzen wir die sogenannte pq-Formel, die wir auch schon bei den quadratischen Funktionen benutzt haben, um die Gleichung zu lösen, also um den Wert für x zu bestimmen. Um sie anwenden zu dürfen, müssen wir als erstes die gleiche Gleichung in die sogenannte Normalform bringen, das heißt, hier muss ist gleich 0 stehen und das 2 mal vor dem x² soll wegfallen, also ein mal soll da stehen. Ziehen wir also als erstes die 4 auf die linke Seite, damit hier ist gleich 0 steht, und so ergibt sich hier eine 6. Im nächsten Schritt wollen wir die 2 mal weg haben, das heißt wir dividieren durch 2, und zwar die gesamte Gleichung. So ergibt sich, 2 durch 2 ist 1, wir haben unser 1x², hier 8x durch 2 sind 4x, 6 durch 2 sind 3, und 0 durch 2 sind 0. Dann brauchen wir die 1 mal hier nicht mitschreiben, sondern notieren einfach nur x². Das ist also die Normalform, und das hier oben, das nennen wir die Allgemeinform. Gut, und von dieser Formel ausgehend können wir die pq-Formel anwenden, die da lautet x1 x2, das zeigt 2 mögliche Lösungen an für x, ist gleich minus p½ plus minus Wurzel aus p½ ins Quadrat minus q. Jetzt müssen wir natürlich noch wissen, was p und q ist, und das haben wir hier. Die Zahl von dem x ist das p, also ist die 4 das p, und hier das absolute Glied ist die 3, das ist unser q. Und jetzt können wir zuordnen, wir setzen für p die 4 ein, und für q die 3. So erhalten wir, wenn wir das jetzt ausrechnen, 4 halbe sind 2, also minus 2, und dann hier 4 halbe ist wieder 2, 2 ins Quadrat ist 4, und 4 minus 3 ist 1, also Wurzel aus 1 steht dann hier. Und da wissen wir, Wurzel aus 1 ist wieder 1. Und hier die Klammern können wir bei der 2 wegnehmen. Unser Ergebnis ergibt sich also einmal für x1 aus minus 2 plus 1, und für x2 aus minus 2 minus 1. Deswegen haben wir hier das plus minus, einmal x1, einmal x2. Und minus 2 plus 1 ist natürlich minus 1, und hier minus 2 minus 1 sind minus 3. Wie wir sehen, hat unsere quadratische Gleichung nicht nur eine Lösung mit minus 1, sondern noch eine zweite Lösung mit minus 3. Und diese beiden Lösungen, minus 1 und minus 3, erfüllen diese Gleichung und erfüllen die ursprüngliche Aufgabe. Also wir könnten jetzt für 2x² plus 8x plus 10 gleich 4, für x minus 1 oder minus 3 einsetzen, und beide ergeben auf der linken Seite dann ist gleich 4. Und das würde dann so aussehen. Unser x ist hier minus 1 und unser x ist hier minus 3. Und wenn wir jetzt das hier ausrechnen, minus 1 ins Quadrat ist 1, das heißt hier ist 2, dann 8 mal minus 1 ist minus 8, 2 minus 8 ist minus 6 plus 10 ist 4. Richtig. Und bei der nächsten, minus 3 ins Quadrat sind 9, mal 2 sind 18, denn hier 8 mal minus 3 ist minus 24, plus die 18 sind minus 6, plus 10 sind 4. Das heißt, die Probe stimmt, die beiden Gleichungen sind erfüllt, sie funktionieren, die Ergebnisse für x1 und x2 sind korrekt. Und wie wir schon erwähnt haben, können wir diese quadratische Gleichung auch als Funktion deuten. Das machen wir jetzt mal und schauen uns das grafisch an. Wir sagen also, das hier soll eine Funktion sein und da kommt der y-Wert 4 heraus. Das heißt, wir zeichnen jetzt mal diese Funktion. Das ist der Funktionsgraf. Und wir sehen, die Funktion soll ja ist gleich 4 sein. Wir schauen also bei y gleich 4, ziehen eine horizontale Linie und sehen, wir haben hier den Schnittpunkt bei minus 1 und hier einen weiteren Schnittpunkt bei, richtig, minus 3. Das heißt, diese Funktion hat die in y-Wert 4 bei x gleich minus 1 und x gleich minus 3. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Normalform anschauen, die wir hieraus ermittelt hatten, sie lautete x² plus 4x plus 3 gleich 0, und diese jetzt als Funktion deuten, nennen wir diese g , dann hieße das, wann ist diese Funktion gleich 0. Und dazu zeichnen wir diese ebenfalls ins Koordinatensystem ein. Das ist jetzt der violette Graph. Und wie wir sehen, dann hat dieser Graph die Nullstelle bei minus 1 und bei minus 3, was ja der Lösung unserer Gleichung entsprach. Minus 1 und minus 3. Wie wir sehen, haben wir aus dem f von x, indem wir bei dieser Gleichung die 4 rübergezogen haben und die gesamte Gleichung durch 2 dividiert haben, diese Form geschaffen, haben also einen anderen Graphen geschaffen, der jedoch immer noch die gleichen Werte für x enthält. Also immer noch die gleiche Lösung. Gut. Als nächstes betrachten wir uns noch einmal die pq-Formel und leiten diese schnell her. Und wenn wir das erledigt haben, schauen wir uns weitere Lösungsverfahren für quadratische Gleichungen an. Denn das hier, die pq-Formel oder auch Mitternachtsformel genannt, ist nicht die einzige Möglichkeit, wie wir quadratische Gleichungen lösen können. Auf echteinfach.tv findet ihr übrigens noch ein Programm, das euch hilft, quadratische Gleichungen mit Hilfe der pq-Formel zu lösen. Ihr gebt hier eine Gleichung an, also hier 2x² plus 8x plus 10 gleich 4. Euch wird die Allgemeinform berechnet, also die 4 geht hier rüber zu 10, 10-4 für unser absolutes Glied. Und dann bilden wir daraus die Normalform, indem wir die Gleichung durch 2 dividieren und x² plus 4x plus 3 gleich 0 erhalten. Ihr seht, unser p für die pq-Formel ist 4 und unser q ist die 3. Und dann ist hier die pq-Formel allgemein festgehalten, dann wird p und q eingesetzt und berechnet. Und dann seht ihr hier, erhalten wir als Lösung für die Gleichung –1 und –3. Unter Umständen kann es übrigens passieren, dass ihr auch mal keine Lösung erhaltet. Tragen wir einen anderen Wert ein. Dies ist der Fall, wenn nachher bei der pq-Formel unter der Wurzel ein negativer Wert entsteht. Für das Beispiel hier ist das –0,75. Und wir wissen, der Wert unter der Wurzel darf nicht negativ sein, denn dann ist die Wurzel nd also nicht definiert. Das heißt einerseits, es gibt keinen Wert für x, den wir einsetzen können, so dass dann die Gleichung funktioniert. Sie ist also nicht lösbar. Und andererseits, wenn wir das grafisch interpretieren, was meint denn dann keine Lösung? Um das zu sehen, zeichnen wir die Allgemeinform der Gleichung als Funktionsgraf. Und schauen, wo die Nullstellen des Graphen sind. Da haben wir hier 2x²-6x und jetzt noch die plus 6 eingestellt. Und diese Gleichung soll ja gleich 0 sein. Das heißt, wir suchen die Nullstelle. Doch wie ihr seht, der Graph hat gar keine Nullstelle, denn er befindet sich oberhalb der x-Achse. Er hat keine Nullstelle. Und wir somit keine Lösung für x. Das heißt, hier ist es auch praktisch, sich die Gleichung als Graph vorzustellen und dann zu schauen, ob es Nullstellen gibt. Gut, so viel dazu. Schauen wir uns jetzt weitere Lösungsverfahren an. Ich bin 19.0 Uhr. Ich bin 20.0 Uhr. Ich bin 20.0 Uhr. Vielen Dank.